Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem 300 Subscribers Giveaway Video. Zuerst einmal möchte ich allen ganz herzlich danken, die meinen Channel unterstützen, die regelmässig meine Videos schauen und die mir ermöglichen, das auch wirklich zu tun. Denn wenn ich keine Zuschauer hätte oder niemanden, der sich für die Videos interessiert, würde das nicht halb so viel Spass machen und ich würde ganz sicher nicht die Zeit investieren, die es braucht, um diese Videos zu produzieren. Als Dankeschön verschenke ich in Zusammenarbeit mit DroneFactory diesen MicroQuad im coolen Hi-Design. Vielen Dank DroneFactory für den Support und die Unterstützung, dass ich dies tun kann. Da dieser MicroQuad mit einem FrSky Empfänger ausgestattet ist, braucht ihr eine Q7, eine Taranis, eine Horus, irgendetwas in die Richtung und ich erwarte, dass ihr die entweder schon besitzt oder Nessens zulegen wollt. Zusätzlich braucht ihr auch einen FPV-Empfänger, eine Brille oder einen Monitor, damit ihr den vollen Spass haben könnt mit diesem Teil. Es geht natürlich auch ohne, aber ist nur die Hälfte des Spasses, das kann ich euch garantieren. Was dabei ist, ist ein Akku und das Ladegerät, damit ihr diesen Akku über USB laden könnt. Alle aus dem deutschsprachigen Raum in Europa dürfen hier gerne mitmachen. Nach Amerika oder in andere entfernte Kontinente zu verschicken, ist sehr teuer aus der Schweiz. Das ist wahrscheinlich teurer als der Quad selbst, das macht keinen Sinn. Aber ich möchte nicht nur den Schweizer ermöglichen, hier mitzumachen, denn ich habe sehr viele Zuschauer aus Österreich und besonders aus Deutschland. Und ich möchte besonders auch euch ein grosses Dankeschön aussprechen und somit ermöglichen, dass ihr auch alle mitmachen dürft. Merci für euch. Damit ihr hier auch mitmachen dürft, müsst ihr Subscriber sein und ihr müsst einen Kommentar unter dem Video hinterlassen, unter diesem Video hier. Mehrere Kommentare bringen genau gar nichts, das wird nicht entsprechend, ihr habt nicht die grössere Chance oder irgendetwas, also macht nur einen Kommentar. Und ich behalte mir auch vor, Kommentare, die wirklich sehr sinnlos sind zu ignorieren. Also ich freue mich, wenn ihr einen konstruktiven oder kreativen Kommentar darunter macht. Ich will euch nicht vorschreiben, was ihr tun sollt, aber investiert 10 Sekunden Denken in irgendetwas, das zumindest unterhaltsam oder sogar intelligent ist. Ich hoffe, dieses etwas improvisierte Video aus einem Wochenende im Süden hat euch trotzdem gefallen. Und wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende, falls dieses Video noch früh genug rauskommt. Und ich sehe uns bald mit weiterem, interessanten und lehrreichem Content auf meinem Channel. Merci für euch, Mo. Ciao zusammen. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci für Mo. Ciao zusammen. Ciao.